Hallo Boogies, wir haben heute eine ganz kurze Figur aus dem Schulterfasser raus. Wir zeigen es mal. Hier kommt der Schulterfasser. Ganz kurz. Was habe ich gemacht? Schulterfasser ist klar. Nach dem Rückvor wechseln und wenn die Dame auf den Fuß drauf geht auf dem Schritt, habe ich hier die Hand flach zum Schieben, schiebe sie hier weg und schiebe aber hier auch noch nach, damit sie hier reinkommt. In Zeitung. Mit Eingang. Ohne Eingang, Ohne Eingang. Rückvor, wechsel, drehen, wechsel, steck, rück, vor. Also ich drehe mich dann auch in die Gegenrichtung. Rückvor, wechsel, drehen, wechsel, steck. Hier mit der rechten Hand, das ist notwendig. Sonst kommt die Dame nicht um die Kurve. Rückvor, wechsel, drehen. Diese Schiene hier. Schön bis rein. Okay, nochmal eine normale Schwindigkeit mit Eingang. Rückvor, wechsel, schritt, wechsel, schritt, 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 wechsel, schritt, wechsel, schritt, rück, schritt, wechsel, drehen, wechsel, schritt, rück, schritt, wechsel, drehen, wechsel, schritt, rück, schritt. Ein Tipp noch, wenn die Dame neben euch steht, wenn ihr zu eng versucht, das zu führen, dann wird sie hier hängen bleiben. Das heißt, wenn ihr die Dame reinführt, lasst ein bisschen mehr Luft, dann kann sie leichter wegdrehen. Das wäre es schon. Viel Spaß beim Üben. Tschüss. 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 surfing